Die aktuelle Inflation ist immer noch hoch, allerdings kommt sie gerade doch zum Teil deutlicher zurück. Die aktuellen 6% liegen immer noch deutlich über dem Zielkorridor von FED und auch der Europäischen Zentralbank. Was bedeutet das nun für die künftige Politik der Notenbanken? Das wollen wir besprechen mit Cornelius Popes, er ist Kapitalmarktstratege bei der Antea AG. Schön, dass Sie da sind, Herr Popes. 10% Inflation, wie wir sie auch gesehen haben zuletzt, sind wohl erstmal Geschichte. Ich glaube, das kann man sagen, für Anfang kommenden Jahres rechnen die Volkswirte mit etwa 3%. Ist das Inflationsgespenst damit besiegt? Oh nein, oh nein. So schnell sind wir nicht am Ziel. Das Ziel ist 2%. Wenn Sie mit dem Auto von München nach Hamburg fahren, können Sie auch nicht in Lüneburg sagen, ich bin am Ziel. Der schwierigste Teil kommt dann noch, nämlich die Elbe zu überqueren. Und so wird es auch bei der Bekämpfung des Inflationsgespenstes sein. Der Weg von 3 auf 2% ist sicherlich deutlich schwieriger als jetzt der Weg von 10 auf 5 oder von 5 auf 3%. Was bedeutet das jetzt für die Politik der Notenbanken? Sind weitere Zinserhöhungen? Selbst wenn der Weg beschwerlich ist, weitere Zinserhöhungen erstmal vom Tisch. Das denke ich ja. Auch wenn die Notenbanken sich die Option natürlich noch offen halten, sowohl die amerikanische FED wie auch die europäische Zentralbank. Aber grundsätzlich glaube ich, haben die Zentralbanken jetzt die geldpolitischen Zügel ausreichend stark gestraft und können jetzt auf diesem Zinsniveau, welches sie erreicht haben, 5,5% in den USA, 4% im Einlagesatz hier in Europa. Ich glaube, da können Sie erstmal bleiben und verharren und Dinge beobachten. In einer Risikoabwägung glaube ich nicht, dass es vorteilhaft wäre, jetzt die Leitzinsen noch weiter anzuheben. Bei um die 3% Inflation, was ich angesprochen habe, was ja avisiert ist fürs kommende Jahr, ging mal noch um einiges über dem Zielkorridor der Notenbanken. Der ist ja bei 2% definiert. Werden die Notenbanken damit ihren Zielkorridor anpassen müssen, um glaubwürdig zu bleiben? Ich halte das für keine gute Idee. Das 2% Inflationsziel existiert jetzt schon ziemlich lange und wenn das jetzt in diesem Zyklus nicht schnell wieder erreicht wird, dann das Ziel anzupassen. Das ist ein bisschen, wenn der Stürmer immer daneben schießt, dann würden wir das Tor verschieben, damit er endlich trifft. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Woher kommen diese 2%? Es gibt jetzt keine wissenschaftliche Erkenntnis, dass 2% als Inflationsziel besser ist als 1% oder 3%. Gehässigt könnte man sagen, 2% ist die Geldentwertung, welche die Bürger bereit sind, unterwürfig noch zu tolerieren. Tatsächlich liegt die Geschichte darin, in Neuseeland wurde das 2% Ziel eingeführt. Das war innovativ Ende der 80er Jahre. Andere Zentralbanken haben das übernommen und ich denke, es hat sich bewährt über die vergangenen rund 30, 35 Jahre. Was werden die Zentralbanken machen, wenn sie sehen, dass sie diesem 2% Ziel nicht in dem Tempo sich annähern, wie sie sich das wünschen? Ich kann mir eher vorstellen, dass sie dann auf exotische Inflationsmaße ausweichen. So wie die amerikanische Zentralbank, die schaut jetzt auf so einen Kerndeflator der Preisentwicklung im Dienstleistungsbereich, ohne Berücksichtigung der Kosten im Immobilienbereich. Also etwas ganz Spezielles. So etwas kann ich mir vorstellen, das die Zentralbanken anvisieren. Aber das 2% Ziel jetzt zu ändern, halte ich für kommunikativ sehr anspruchsvoll. So oder so, wie sollte der Investor auf all diese Entwicklungen mit seinen Strategien reagieren? Grundsätzlich muss klar sein, die Nullzinswelt liegt hinter uns. Wir sind wieder in einer Welt, wo die Zinsen relativ hoch sind. Und nicht im historischen Vergleich, aber im Vergleich der letzten 20 Jahre. Das bedeutet eine Anpassung der Bewertung nahezu aller anderen Anlageklassen, insbesondere im Immobilienbereich. Im Zuge dieser Preisanpassung wird es zu Übertreibungen nach unten geben. Was wird es geben? Die gilt es dann natürlich auszunutzen. Das allerdings erfordert eine sehr, sehr hohe Fachexpertise. Und im Aktienbereich auch da, Sie haben von Bewertungen gesprochen. Wenn es einen relativ risikolosen Zins wieder gibt, ist das wahrscheinlich auch nicht gerade der Aktie dienlich, oder? Aktien werden weiterhin attraktiv sein und langfristig die Investmententscheidung of choice. Also da wird man nicht drum herum kommen. Aber natürlich in einem höheren Zinsniveau müssen wir uns die Aktienmärkte, die Aktiensektoren, einzelne Aktientitel genauer anschauen. Ist die Bewertung dieser Aktie oder dieses Sektors, ist die Bewertung vor dem Hintergrund des nun erreichten höheren Zinsniveaus noch angemessen und attraktiv? Der Blick auf die Notenbankpolitik diesseits und jenseits des Atlantiks und die Folgen für Investoren. Eine Einschätzung von Cornelius Popst. Dankeschön für das Gespräch.